Was schätzen Sie an Lukas Mandl? Ich habe vor zehn Jahren mit Lukas Mandl meine erste Europa-Veranstaltung gemacht. Wir haben gemeinsam Ottmar Karas eingeladen, um in Wien und Niederösterreich gemeinsam über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit nicht nur zwischen Wien und Niederösterreich zu sprechen, sondern darüber hinausgehend zwischen den Ländern in Europa, weil wir nur ein kleiner Teil der Welt sind. Nur sieben Prozent der Weltbevölkerung und bald sind wir nur vier Prozent. Diese Zusammenarbeit zeichnet Lukas Mandl aus, der ja immer für ein gemeinsames Team gekämpft hat und der heute als Mandatar bereits für Europa dasteht. Einer, der derjenige ist, dem es nie auf sich selbst angekommen ist. Er hat seinen eigenen Bezirk aufgelöst und er hat sich nicht in den Vordergrund gestellt, sondern er hat immer Europa in den Vordergrund gestellt. Daher sage ich Ihnen, wenn Sie eine Alternative brauchen, um für Europa zu wählen, dann wählen Sie Lukas Mandl. Bei der Europawahl am 26. Mai ÖVP ankreuzen, Mandl hinschreiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017